Jarl Peres Jarl Peres Er hat viele Sachen die sich vertreten Aber ich will sagen eine Sache als Jarl Peres nicht nur gewerkt kein Poet aber ich will sagen nicht nur es gewinnt als Schreiber und es gewinnt als Philosoph und es gewinnt als Novi und vielleicht ein Prophet Ja 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 Und Ja Das ist nicht ein Ja Ich weiß dass sie ist und es muss sein in 2020 Es ist einіти Faulen, ist es eine Tavern. Kretschma ist ein Tavern? Kretschma ist ein Tavern? Nein, das ist ein Tavern. Wer bekommt ein Kretschma? Die Jiden. Das ist ein jüdischer Tavern. Jüdischer Tavern. Und ein Kretschma ist immer ein spezieller Platz, wenn Menschen fliegen, die Jüdischer Tavern machten, aber sie verdient. Wo sind sie verkauft? Wo sind sie? Wodka. Das ist ein Bier oder andere. Wodka. Die Russischen haben lieb Wodka, trinken. Oder Samagonka. Samagonka, das ist Mundschein. Ja. 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 Dann haben sie gemacht, alle Jüdischen, die machen alleine. Die Wodka. Ja. Norden haben sie gedacht, verkaufen Tabak. Weil andere, die Polak, haben nicht gerade kein Recht zu verkaufen Tabak. Ja, wirklich? Nein. Aber sie geben die Jüdischen ein Recht zu verkaufen Tabak. Und euch hat Maschke. Okay. So wie gesagt, euch hat schmeckt Tabak. Ja. Ja. Aber nicht schuhig. Das ist aber sie nicht gewiss. Ja. In der Kretschma. Es fliegt sich immer und bleiben doch jedem. Na jedem hat die Getränke in der Sache. Man hat auch geruchert das Tabak, Tabak. Ja. 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 Marz esquern geschäšt. Dann habenángSEf ist mehr Wodka in der Senomste festgelegt. Ja. Also über den Herz war da ein Herz, der muss ja geschlagen. Und da ist doch ganz weit weg. Also experimentieren wir. Ich bin der Abi Wilde. Weil der Pfarrer sagt, Perlitz, mehr nicht die Welt dieser Klätschme. Was schaffen, machen weg mit Fäusten und Nägeln. Fäusten und Nägeln. Die Welt der Klätschme. Zum Schenkfass. Schenk, das ist ein Wodka, ein Fass mit Wodka. Nicht in Fläschlach. Barrels, ja. Und fressen. Was fressen? Ja, das ist ein Fass. Und fressen. 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 Wenn andere, die Welt der Jeden, gucken, von Weitem, mit gläserne Augen. Gläserne Augen. Gläserne Augen. We do we know. Gläserne Augen. Ja. Also,ir die Fläder. Daher. Ausatmen ja, wie ein Fass. Die Fläder. Das ist also ein Fass. Im Nägeln. Es ist eine Prophecy, Annovi. Das Bild mit anderen Küken, mit größeren Augen, verharrscht, das ist die Korbone von der Shoah, und schlingen das Speich und ziehen zusammen den Morgen. Und die haben sie gesehen, wie sie sahen, die waren nicht so stark. Es war schlussend. Es war schlussend. Was war sich in Krampen. Krampz. Ungarische Menschen. das ist so pedant o mei nicht die Welt ist don't think because mei nicht die Welt ist das ist Hitler Hitler die Engländer haben keine die Jews kommen in palestine Machen Beziraten verwell people like wolves und verfuchsen und fachs desert fachs remember desert fachs is your Roman fuchsen Verruib und verschwindel, zu rob, zu schwindeln, zu lieben. Der Himmel a Vorhang als Gott ist only zend. Vorhang, dar. When I was on the front lines, I couldn't see the skies. Verstand die Geben? Reuch von den Bombers. Der Näppel, der Vogt. People should not see your hands. Stretched out. Den Wind zu verstecken, die wilden Geschreien, Geschreien von wem? Von Korbones. Majdanek, Auschwitz, Problinka, Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald, Theresienstadt, Mauthausen. Huh? Mauthausen. 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 we hear, we hear, we hear, we hear. The Erd, ein zu zappen, das Blut von Korbones. There is your prophecy. The Erd, ein zu zappen, to soak in the blood of the Korbones. our sacrificial Jewish people. Six and a half million. All Majenicht developed as a Hefker. Don't think everything is just done without any kind of reason. and here comes the denouement, the resolution of this crèdgeman business. Paris, Paris. Okay. He wrote it in 1908. 1908? Huh? Did you say 08? Yeah. 1908. Yeah. So that's before. Before what? That's why he's a prophet. The point is that it could be any time. But the way he describes it is a big it's not a little it's a lie. Rabbi is telling me but developed is kind crèdgeman kind berzeh a berzeh you know kind half care not a free-for-all gemust everything is measured gevoigen wird alles everything was is wicked kein trer und kein blusiger trocken vergehen the tears I never seen more tears than when I was young you know how many people cry I saw rivers of tears not just one woman crying no spark will never be extinguished just for the hell of it um siehst that's prophecy right there because he was predicting the revolution of which 1905 he must have written it before 1905 1904 1904 and then he was predicting also the first world war which is the one when he has given us in the first we come from to learn we're taithing from taithing we're liyamim from yamim amabo amabo as sitanish in nepal that's what that's a part of the marvel funfunken sparks aduner thunder thunder what thunder is that you should have heard every day in talking about the katushas the russische katushas aduner like thunder boom boom oh may nicht leis din weleis dayan don't think that there is no what a dina judgment no judgment and no dayan and no judge meaning somebody will judge you that's the prophecy this is a very famous poem it could be compared to some of the great poems of the you know especially when it was comparing what's going to happen if we don't behave because we have to take the sword and make it into a plow plow okay do so when you want the height zone what a power was to share in the 40 a yong this height this is a kretschme may wish as the world is a kretschme and I can you